In unserem Universum existieren elektrisch geladene Teilchen, die miteinander wechselwirken, also sich gegenseitig beeinflussen. Manche sind positiv, andere sind negativ elektrisch geladen. Elektronen und Protonen, aus denen Atomen aufgebaut sind, sind beispielsweise solche elektrisch geladenen Teilchen. Elektronen sind negativ geladen, Protonen sind positiv geladen. Bringst du zwei positiv geladene Teilchen nah beieinander, dann stoßen sie sich ab. Auch zwei negativ geladene Teilchen stoßen sich ab. Wenn du dagegen ein positives und ein negatives Teilchen zusammenbringst, dann ziehen sie sich an. Durch eine derartige Abstoßung und Anziehung wechselwirken geladene Teilchen miteinander. Experimentell wird außerdem festgestellt, dass diese geladenen Teilchen sich nicht alle gleich stark anziehen oder abstoßen. Es gibt geladene Teilchen, die sich stärker anziehen als andere. Um diesen Unterschied in der Anziehung und Abstoßung zahlenmäßig auszudrücken, sagt man, dass die geladenen Teilchen verschiedene Ladungen Q tragen. Die Ladung wird in der Einheit Coulomb gemessen und mit dem Buchstaben C abgekürzt. Je größer die Ladung Q eines geladenen Teilchens ist, desto stärker wird es von anderen elektrisch geladenen Teilchen abgestoßen oder angezogen. Um positive und negative Teilchen voneinander unterscheiden zu können, weisen wir negativ geladenen Teilchen ein negatives Vorzeichen zu. Zum Beispiel Q ist gleich minus 1 Coulomb, minus 2 Coulomb, minus 3 Coulomb. Und positiv geladenen Teilchen weisen wir ein positives Vorzeichen zu. Zum Beispiel Q ist gleich plus 1 Coulomb, plus 2 Coulomb, plus 3 Coulomb. Wobei wir das Plus natürlich weglassen dürfen. Doch was haben elektrische Ladungen mit dem Strom zu tun? Machen wir mit dem bisherigen Wissen ein kleines Gedankenexperiment. Wir nehmen zwei Schachteln mit jeweils einer Öffnung, die man öffnen und schließen kann. Zuerst schließen wir beide Öffnungen. In die eine Schachtel platzieren wir viele positive Teilchen. Jedes davon, sagen wir mal, trägt die gleiche Ladung Q und sie beträgt zum Spaß ein Coulomb. In die andere Schachtel platzieren wir viele negative Teilchen mit jeweils einer negativen Ladung. Die beiden Schachtel bilden jetzt jeweils eine große elektrische Ladung. Man sagt dazu auch, dass die negative Schachtel einen Minuspol und die positive Schachtel einen Pluspol bildet. Die beiden geladenen Schachtel werden sich jetzt natürlich elektrisch anziehen. Um das zu verhindern, befestigen wir die beiden Schachtel so, dass sie sich nicht aufeinander zubewegen können. Als nächstes verbinden wir die beiden Schachteln mit einem leitfähigen Draht, zum Beispiel mit einem Kupferdraht. Mit leitfähig ist gemeint, dass sich durch diesen Draht Ladungen bewegen können. So, mit dem Wissen, das du bis jetzt hast, was passiert mit den positiven Ladungen in der positiven Schachtel, wenn wir sie öffnen? Die positiven Ladungen können sich jetzt zur negativen Schachtel entlang des Drahtes bewegen. Warum tun sie das? Na, weil sie von den negativen Ladungen angezogen werden. Diese Bewegung der Ladungen stellt einen elektrischen Strom dar. Und zwar verläuft dieser in Richtung des Minuspols. Gefühlsmäßig gesagt wird der Strom größer, wenn mehr Ladungen durch den Draht wandern. Doch wie quantifizieren wir den Strom jetzt? Also wie drücken wir ihn mit einer Formel aus? Lass uns dazu den elektrischen Strom durch den Draht mit dem Buchstaben i abkürzen. Dann konzentrieren wir uns auf so eine Querschnittsfläche. Wenn wir den Draht durchschneiden würden, dann würden wir hier so eine runde Kreisfläche bekommen. Diese Kreisfläche wird Querschnittsfläche des Drahts genannt. Diese Fläche werden die positiven Teilchen natürlich durchqueren. Zählen wir mal, wie viele Teilchen da durchgehen. Lass uns, sagen wir mal, 10 Sekunden lang die Teilchen zählen. Die Anzahl der durchgegangenen geladenen Teilchen kürzen wir mit dem Buchstaben n ab. Los geht's! Ein Teilchen ist durchgegangen. Zweites Teilchen ist durchgegangen. Drittes. Viertes. Fünftes. Stopp! Die 10 Sekunden sind schon abgelaufen. Wir haben also n gleich 5 Teilchen gezählt. Wie viel elektrische Ladung wurde jetzt insgesamt durch die Querschnittsfläche transportiert? Bezeichnen wir die Gesamtladung mit einem großen Q. Wenn 5 geladene Teilchen durchgegangen sind und jedes einzelne von ihnen die Ladung von einem Coulomb transportiert hat, dann wurden insgesamt 5 Coulomb transportiert. Dazu haben wir einfach die durchgegangene Teilchenzahl n mit ihrer Ladung Q multipliziert. 5 Coulomb Ladung wurden also innerhalb von 10 Sekunden durch die Querschnittsfläche transportiert. Um den Strom I herauszufinden, fragen wir uns, wie viel Ladung pro Zeit ist denn durch die Querschnittsfläche gegangen? Na, es waren 5 Coulomb pro 10 Sekunden, also Q dividiert durch T. Das sind 0,5 Coulomb pro Sekunde. 0,5 Coulomb Ladung wird also jede Sekunde durch diese Querschnittsfläche transportiert. Die Einheit Coulomb pro Sekunde wird mit einem A abgekürzt. A steht für Ampere. Wir haben in unserem Gedankenexperiment den positiven Teilchen eine willkürliche Ladung von einem Coulomb zugewiesen. In Wirklichkeit tragen die Teilchen aber eine viel, viel, viel kleinere Ladung. Normalerweise sind die negativen Elektronen für den elektrischen Strom in leitenden Drähten verantwortlich. Sie tragen eine winzige negative Ladung, nämlich minus 0,0000000000000016 Coulomb. Damit die Elektronen einen Strom von 0,5 Ampere erzeugen, müssen 3125 Billiarden Elektronen pro Sekunde durch die Querschnittsfläche zu den Draht gehen. Diese Zahl ist unvorstellbar groß. Für die auf den ersten Blick mickrigen 0,5 Ampere müssen unvorstellbar viele Elektronen durch den Draht gehen. Fassen wir zusammen. Der elektrische Strom I ist Ladung Q pro Zeit T. Der Strom sagt also aus, wie viel Ladung pro Sekunde durch eine Querschnittsfläche transportiert wird. Damit der Strom überhaupt entsteht, müssen geladene Teilchen in gerichtete Bewegung versetzt werden. Diese gerichtete Bewegung kommt zustande, wenn positiv und negativ geladene Teilchen voneinander getrennt werden und sich dann gegenseitig anziehen. Die Trennung von Ladungen wird durch die sogenannte elektrische Spannung charakterisiert. Aber das ist ein Thema für ein anderes Video. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.